Wo willst du hin? Hier, komm her. Cookie ohne Leine. Wir wissen es doch. Ohne Leine geht nicht. Nicht zu Anfang. Später auch nur am Strand. Obwohl, ich gehe manchmal bis zur Linz-Hase mit dir ohne Leine. Aber auch geht halt wirklich nur auf den Rückweg. Ich wollte da hin, die ich bestimmt nicht. Ich brauche ab und zu... Cookie? Morgen. Ab und zu braucht nicht mit der Hand. Ja. Hier, komm her. Hier her. Hey. Hier her. Und da siehste. Weißt ja, was los ist. Was? Sie mussten vorher schon den Schloss abziehen. Ich muss abziehen. Hier ist noch 19. 18. 18. 18. 2016. Hall danger. Ach ja. tonight. Tick, 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 tick. Sagt mal. Letzte Zeit hat nur um ein Video erzählt, dass du ein Handy liegen gelassen hast, aber die Kamera mit dir nochmals. Ich glaube, wenn ich bei euch war. Hast du gesehen? Da hatte ich ein Video drin, glaube ich, ne? Ja. Da habe ich noch gesagt, könnte mir nie passieren. Ich würde eher meine Kamera zu Hause lassen als Handy. Nur heute nicht. Kamera vergesse ich schon nicht mehr. Soweit es gekommen mit dem Vloggen. Handy vergesse ich. Hm. Oh, mein Mikrofon-Akku ist bald wieder leer. So, da die Mone heute wieder fährt, muss ich natürlich allen Fisch mitbringen von hier oben. Kann ich ja nun gar nicht nachvollziehen, aber wenn sie denn so wollen, nein, ich kann es schon verstehen. Pech gehabt. Uwes Fischerhütter macht erst um elf auf und das ist halb elf. Die halbe Stunde wollte sie uns nicht gönnen. Jetzt hat sie uns hier zur alten Fischerhalle geschickt. Die ist noch nicht lange so. Die kann ich so noch nicht. Ja, wird es da rein? Ja. Ich werde mir nicht einmal üben. Außer, dass ich dann sonst nochmal rufen muss. Ja. Mone, was ist das? Ein bisschen Strand. Strandsand mit nichts ist verboten. Wusstest du nicht? Nee, wusste ich noch nicht. Ist wirklich so. Gehen wir nach Hause? Ja. Schrei für den Eingeschrei. Mal schön, dass du da warst. Ja. Ich bin jetzt mal ein paar Tage frei. Danke, dass du noch ein bisschen länger da bleibst. Ja. Damit die Scheiße ich dir nicht gleich wieder ganz lange mal heilens. Halt die ja dann noch mit jener E-Mail. Ja. Na dann. Na klar. Tschüss. Aber Mone, machst du die Kamera aus? Mach ich. Tschüss. Tschüss. So, Feierabend. Zu Hause von der Arme, meine Schwester ist wieder gut angekommen in der Uckermark. Jetzt hat sie drei Viertel elf. Jetzt tucheln, dann setze ich mir einen Rechner. Und dann muss ich mal schauen. Ja, das war es also für heute. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Ja, tschüss. Schrei für dich. Tschüss. Geben. Hier gehts. Tschüss. Für dich.